Hallo? Hey Legala! Hallo? Yes? Can you hear me? Yes? You must be hear me. You must be go! Ey Leute, ich habe gestern entdeckt, Shrine David Eis. Das ist Lid, Jungs. Are you sure about that? Ich habe so gestern einen Titel random gehört, meine ganzen Titel, meine ganzen alten Lieder und so. Und dann kommt so Shrine David, ich denke so, was ist das, hä? Habe ich das nie gehört? Boah, scheiße, ich muss doch kurz rangehen, ich glaube, sonst sticht die mich ab. Warte ganz kurz. Tom hat auch eine hübsche Freundin. No front. Soll ich Musik ausmachen, falls wir was erspielen? Geht nach? Ja. Mitter hier. Ab hinter die Gesichter. Oh, ich habe mich gehört. Er hat keine Waffe. Oh mein Gott. Ah ja. Oh, ich habe Schüsse. Eidos. Eidos, Eidos. Eidos hat Stress. Oder? Hörst du, Eidos? Ah, Tartin. Nee. Ich höre Shorts. Digga, Michael war heute von Kills ja bodenlos als Jordan. Da schießt jemand. Michaels Fehlrekord heute war 3. Digga, ein Bot. Leute, ich. Digga, auch Michael ist so schlecht im Tiefball, da muss ich auch noch mal kurz sonst hin sagen, Alter. Wow. Nice. Hör ich gerne. Eidos, bodenlos. Warum redet Eidos nicht? Nee, ich weiß es nicht, Alter. Soll einfach ein E-Book. Ohne Eidos. Er hat keine Waffen. Doch, da bist du doch, Eidos. 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 Ich habjis auch keine Waffen. Hä? Ich hab die ganze Zeit gemutet, aber vier Minuten lang durchgegangen. Perfekt. Eidos da. Eidos. 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 Schritte closed, Schritte closed. Okay, das ist mit dem Haus. Ja, da vor uns, vor uns. Einer ist unter mir im Haus, einer ist unter mir im Haus. Darf es mir? Ich bin der Kille-Banane. Ich bin der Kille-Banane. Kille-Banane. Ey, unter hier. Es sind nur Botze, schweig. Ey, unter hier. No, no, no. Bruder, der ist so low. Oh mein Gott, war der low, Alter. I asked you for my money last week. Where the hell is it? Ich hab ihn gar nichts gemacht. Da kommen wieder zwei, da kommen welche, da kommen welche. Hab einen. Illegale hast du noch die, Mies. Ey, ich hab's wieder gelöscht vom scheiß Plakat. Loser dich doch. Was ist das? Oh, was ist das? Hab ich runtergeschossen? Pusche. Unter mir, unter mir, unter mir. Okay, ja. Dann. Ich hab einen richtig low, hab ihn, hab ihn. Da oben von mir, Omega-Groß. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Der ist hier bei mir, der ist hier bei mir. Der, der Elders Gold hat. Ich hab den schon in der Elders Gold hat. Ich hab den schon in der Elders Gold hat. Nein, 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 da oben, äh, da ist da oben noch ein anderer dann. Oh mein Gott, du schaffst mich dann. Oh mein Gott. Ich hab ein Medikationsgerät. Der hat auf mich geschossen, der Typ. Ich will kurz Elders. Danke, Bruder. Der ist auf Medikationsgerät. Der ist auf Medikationsgerät. Okay. Ich hab Schritte, close, er ist hier bei mir. Chapp ihn, chapp ihn, chapp ihn, chapp ihn, chapp ihn, chapp ihn. Da sind wieder welche. Oh mein Gott, der Typ ist lost. Chapp ihn wieder. Jungs, der ist voll low. Chapp ihn, chapp ihn. Ich hab acht Kills. Ich hab drei, geil, Mann. Ich hab für ziemlich viel. Er hatte drei Biggies, er hatte drei Biggies. Kommt mal her, Jungs. Was ist das denn hier aufgenommen? Jemand hat mich abgeknattert. Der ist nach wo? Elders, hast du Dings für mich? Warte mal, jetzt kommt jemand. Noch ein Ziel. Auf uns, auf uns. Oh, warte, warte. Auf uns kommt jemand, Elders, warte. Ja, ich hab die gedrückt. Ja, hab die gedrückt. Ja, hab die gedrückt. Ich geh auf mich. Der hat einen Ring schon bei mir, Jungs. Ich war hinten. Er geht doch nicht. Warte, hör auf. Nein, nein. Ich bin runtergeflogen. Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Ey, der hat einen mitbekommen. Was, du? Ganz große Show, Jungs. Ja, warte mal. Der geht da irgendwo, der geht da irgendwo. Ja, ich höre dich. Ja, ich höre dich. Pede, hol mal meine Karte. Unten. Da, links, genau. Machst du Elders? Ne, ne, ne. Der steckt da irgendwo. Da drin ist er sogar. Bei Elders. Bei Elders, bei Elders sind zwei, bei Elders sind zwei. Okay. Du, 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 du. Jawohl. Nice. Du, 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 du. Du, 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 du. Die Karte, die Karte, die Karte. Ja, bevor die ablöscht. Papi, du. Warte auf mich, Alice. Ja, ich bleib hier stehen. Und Illegale holen wir schnell zwischen. Ich bin so ein guter Schwimmer, du, ja. Sieht echt gut aus, wie du's machst. So ein Bananen. Ist das da echt zu holen direkt? Oder ist das Ding? Oh nein. Oh oh. Schüsse? Ja. Zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Ich geh auf den Berg. Die Banane ist in Not. Die Banane ist in Not. Die Banane ist in Not. Digga, ich bin so ne... 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 Ich hab einen geholt, aber... Nein, ich bin so ne... Bananenstufe Rot. Bananenstufe Rot. Bananenstufe Rot. Bananenstufe Rot. Aber einer dauert in Not. Aber ich glaub, der wird ihn wiederbeleben. Fit, do you have green life maybe? Ähm, Minis? Do you have green life maybe? Bruh. Green life, Friede. Green. Hab ich. Hab einen gedauert. Nimm deine Minis wieder. Ich hab einen Kill bekommen. Der Chat schreibt Jump Head. Ich hab Jump Head, ja. Ich hab zwei Stück sogar. Ich hab auch einen Kill bekommen. Jetzt rocken wir. Ey, das ist... Boah. Hast du einen noch? Ist das richtig white? Wollen wir rauf? Der ist white. Der hat... 67 Leben oder so. Ja, das ist chainen, das ist chainen, das ist chainen. Weißt du, was heute meine YouTube-Netzwerk geschrieben hat? Dass ich TikTok installieren soll. Bei TikTok. Bei Instagram ablösen soll. Ey, warum? Warum hast du überhaupt kein eigenes TikTok? Frag ich dich auch. Ich hab keinen Bock darauf. Der hat eigentlich... Oh mein Gott. Ich wurde gesnapt. Bruder. Die meinten, die haben die Zahlen bekommen und die sagen, in einem Jahr hat TikTok alles übernommen. Ich hab jetzt schon ein Video mit 200k Views und so. Die pushen uns. Die pushen uns. Die pushen uns. Das wird ein Video so schnell viral. Ey, dein Name wurde bestimmt schon geklaut. Dann denkst, Elliot hat ihn nicht mehr. Ja, aber du hast mit dem Highlight dann halt durch das ein blauen Haken. Ich bin weggesprungen. Das wuselige Duo, Alter. Kommt, Alter. Die sind am Bergdorf. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ey, das hol den. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Hab ihn auch noch mal hingegeben. Ich hab linken. Die sind am Bergdorf. Was war mit der? Ich hab mit der H choice gehabt. Bis zum nächsten Mal. Kurz, bitte. Ich hab ihn doch mit ihm. Ich hab ihn doch mit dem Schmırk platziert. genommen hilfe ja ich hab zwei vorgab dass du deinen fettkopf da rausstreckst das ist ein lootjob sogar woher in der angel ich muss gleich mein medikator hast du einen zuvor mit dir? ja wollen wir hier hoch? ich bin ja auch noch sechs Leute, ich bin immer ein bisschen safe jetzt geht nackt aus bei mir mhm, Eldor City von oben oh mein gott vor mir wurde einer gesniped ich versuche heizugehen ich geh zu fliege ey die gegen diese flüssige andere frauen oder was? was ist? angespannte situation hier hinter noch vier geht ne alders die haben zu viel ich bin nicht mehr 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 wo ist denn noch der 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 ist voll behindert mhm das ist komisch ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr aber dein pc kann gerade mal noch ein youtube video aushalten was das schon ja ohne laser 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 da ist ein bock darauf pressure thema, der ist one shot, der wird dringend da ist immer, da ist immer sind da drinnen drei Leute, sind da drinnen drei Leute ne lehnt ich mal awesome naja das nehmen wir auf jeden Fall noch drei ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr jetzt müssen wir easy holen jetzt müssen wir easy holen jetzt müssen wir easy holen lass den lootshot noch mitnehmen, wenn die da unten chillen wollen ich bin nicht mehr vor rechts, vor rechts du hast den headshot der hat den baukack gemacht boah stark, einer von oben, einer von unten er ist durchgekommen er hat schließt noch einer, äh noch zwei weiß ich auch nicht ich guck du recht, ich guck links ja ist hier, ist hier oh die sind, die sind bei setten ne, die sind bei setten Tomach, dankeschön für den sub perfekter Moment oh mein Gott oh da vorne, da vorne oh mein Gott, stark noch einer noch einer oh mein Gott ja noch 15 let's go Jungs let's go 25 kills 25 kills oder 26 kein Problem Jungs, Alter wow ich hab 13 kills stark noch GG, Alter, geil first round, Jungs und die Schaden an Team ansehen das war meine Person die Teambereit ich bin meinen Upload hab ich gerade kaputt gemacht mit der Szene was kannst du sehen bei dir? Alter, nicht reinschneiden los